Leona hat 9 Farms, 40 Farms, wir haben also auf jeden Fall gerade mehr als jeder Gegner und das ist auf jeden Fall schon maßwert. Leona krall ich mir vor. I can't help you, ok. Oh oh oh, kann ich da rennen nicht rein? Kann ich da rennen noch nicht rein, man. Vergesst wird nichts, da ist er zu aggressiv reingegangen. Schauen wir mal ob ich den Dragon kriege. Jetzt sind wir meine Ulti-Drags für Dragon. Wie sieht das aus? Vor allem mit dem Schlag haue ich ja nie ein Damage los. Sehr schön. Und hauen wir gleich hier mal ein Ward rein. Und holen meinen Red. Und dann habe ich noch keinen Kill, ich habe nur einen Assist. Die Gangs gestalten sich momentan auch sehr schwer in diesem Game, weil wir halt verdammt gut sind, muss man mal sagen einfach. Los geht's. Wir pushen halt die ganze Zeit Tower und werden nicht zurückgedrängt. Äh, also wir pushen verdammt gut durch was anderes. Wir haben momentan trotzdem eine Menge Tode noch einzigartig. Aber wir sind halt doch schon der Vorteil, dass Farmer und so eigentlich da halt Fizz nicht da ist. Los geht's. Aber für's jetzt Play ist es einfach mal schön. Äh, es tut mir leid für den Gegner natürlich. Aber es ist einfach für's jetzt Play gerade mal cool, einfach um zu zeigen, wie alt, ähm... Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott, oh mein Gott. Ah, oh mein Gott. Ich habe das Geld bekommen auch für das. Geltnerische Doppeltötung. Und ja, ja, er killt ihn jetzt noch. Moment, wir holen uns als erstes das da. Und dann holen wir uns noch ein bisschen Fähigkeitsstärke. So, to feed it. Ja, das war jetzt der zweite Kill. Okay, jetzt müssen wir loslegen. Wir haben jetzt weniger Farmer als das ganze Team. Das ist okay. Das Team sollte immer mehr Farmer als das Langer, außer natürlich die Sonne. Äh, Fizz ist wieder da, sehe ich gerade. Das heißt also, es wird wieder nach oben gehen. Die Jinx ist extrem gut. Im Vergleich zu unserer Vayne. Das könnte ein Problem werden. Aber wir müssen uns konzentrieren. Okay. Dass die, äh, der Abflug macht. Und ich hätte gerne Red und Blue von, von meinem, von dem Freund. Reiz für den Kampf. So, Mastoli. Los geht's. Ich weiß nicht, ob er mich gesehen hat. Okay. Nicht gesehen, dürfte die Welt genug weg gewesen sein. Ah, die wollten zum Showballer, das glaube ich. Überraschung. Da bin ich wieder. Oh, 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 oh. Blutrausch. Gurgl. Okay, eh. Yeah, oh, oh, oh. So. Oh, 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 oh. Jetzt bin ich an der Reihe. Na schön. Leider bin ich dabei gestorben. Wenn ich den anderen bekommen hätte, dann wäre es sogar effektiv gewesen. Auf jeden Fall haben wir die Jinx gekillt. Das ist schon mal ganz gut. Sie hätten es dafür nur bekommen. Wahrheit ist trotzdem eins gegen eins. Das war eigentlich nicht geplant. Soll das nicht so sein. Na ja. Shugat macht das eigentlich ganz gut. Wie sieht es aus bei Shugat? 13-0. Könnte besser sein. Aber er hat halt gerade das Problem, dass er gestorben ist. Ein Gegner verfällt im Blutrausch. Das wird auf jeden Fall... Euer Team hat einen Turm zerstört. Wie sieht es bei Casalyn aus? Also Casalyn spielt ganz sicher. Wayne feedet gerade mega hart. Der Toxic Love. Ist natürlich uncool, ne? Ich meine, wenn ich mit Bühne-Methode dann... ...mach ich das selber nicht. Damit ich weiß es nicht. Ich hab sie los. Ich feed zwar jetzt auch. Ich möchte sich dann abstreiten, dass ich nicht fiele. Aber... ...ja, das ist glaube ich... ...ehm... ...unterlassen werden. Ein Gegner wurde getötet. Das war mir so ziemlich klar gerade. So, ein Dings kommt zurück mit. Überraschung! Da bin ich wieder. Oh! Sondern sie fahrmachen kurz! Bereits für den Kampf! Oh, oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, oh! Oh, oh, oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Ja, muss ich da mal was sagen. Ich meine, ich... Also, ich lese nichts im Chat. Kann es sein, dass es vielleicht über Dings gemacht hat, dann habe ich es aber nicht mitbekommen. Aber Kopf hoch, ne? Bereit für den Kampf! Toxic Love, ich habe signalisiert... Wo, ach so. Okay, er hat es mit signalisiert... ...ein Gegner verfällt in Blutrausch. Ja, Report und sowas steht drin. Okay, ich rufe den... Gut, dann, tut mir leid. Dann habe ich es. So... Ich hoffe, ich finde jetzt langsam mal einen Kill. Das wird jetzt schon echt ein bisschen... Feeding. Was ich hier betreibe. Überraschung! Da bin ich wieder! Oh, dann helfen wir doch bitte einfach nicht. Ist das so schwer? Los geht's! Fizz bekommen wir hundertprozentig nicht, Ich habe heute kein Bluhoff. Ich habe heute nicht nur noch einen Bluhoff. Ich habe heute nicht nur noch ein Bluhoff, ich weiß nicht wie ich es ist, du bist aber auch ein Bluhoff. Ich bin gleich noch ein Bluhoff. Der ist echt gut, Herr Schubert, muss man mal sagen. Okay, jetzt fangen wir an, sich zu beleidigen im Chat. Jetzt geht es richtig ab. Da freut man sich immer so als Spieler, wenn es dann im Chat losgeht und man sich denkt, hey, ja, beleidigt euch ruhig weiter. Das Spiel wird auf jeden Fall besser dadurch. Los geht's. So, ich bringe auch mal einen Schluck Eistee für sich. Da würde ich für sich als Eistee, den ich überhaupt nicht leiden kann. Schmeckt so irgendwie, so weiß ich es. Alles, was man gerade im Abteil gefunden hat, zusammen gemixt. Aber der Nut trinkt man auch das. Oder halt, wenn man gleich mal was trinkt. Ist ja nicht mein Geschmack, ne? Wollen wir mal nicht schlecht reden? Nicht die End-Tower-Stand rein, wenn nicht die End-Tower-Stand rein, wenn nicht die End-Tower-Stand rein. Okay, komm schon, krasser. Mach mit! Oh, danke für die Mithilfe. Okay. Okay, Bot geht gerade. Er ist mittlerweile jetzt auch so wie ich. Entwege ich stehe aber auch noch ein bisschen, wo ich will. Ich will wieder so in die Sünde stehen. Ich kann ja nur die Zeit zurück. Ich will weiter so in die Sünde stehen. Das geht nicht. Er macht echt easy den Ding. Überraschung. Da bin ich wieder! Was? War das? Also ich hab den gestanden. Überraschung. Da bin ich wieder! Du hast einen Gegner getötet. Wie sie immer überlegen? Ich kann ehrlich sagen, ich finde Katsu echt nervig. Der kann aus jeder Situation so gut auskommen. Vor allem hat er seinen Jump, diesen komischen Jump, den hat er viel zu oft. Ihr habt ja gerade gesehen, ich soll dieses unsichtbar machen. Und ich spiele ja Chaco im Jungle. Und ich finde einfach mal im Vergleich zwischen Chaco, der seinen Jump nur alle 15 Sekunden einsetzt hat, hat er den Trickstigen viel zu oft. Einmal nicht passiv, normale Angriffe, Gewehren, 2 Sekunden lang, zwar nicht aus dem Boot. Komm, Bot? Ja, ich komme aus dem Boot, aber war das vorhin halt. Ob es so toxik sein, wie er abhängt? Nee, er kült sich nicht. Oh nein. Jetzt bin ich an der Reihe. Nice. Ach so, doch. Ob ich nicht. Mein Gott, ob ich doch nicht. Verraschung, da bin ich wieder. Oh, egal ob das Tank ist. Lass mich auf sie los. Nein, stopp doch. Ich bin ein bisschen getötet. Oh mein Gott, Leute. Er wird getötet. Oh mein Gott, Leute. Er wird getötet. Aber, sie kann keinen Platz. Ist aber übelst, sie hat sonderes�, aber kann sich halt denselben fahren, wie ich und hat wesentlich mehr Kills. Das ist mittlerweile sehr ubel schlecht, aber ist jetzt vollgefiedet. Ich bin daran liegen, dass er im letzten Moment einspringt, wenn er nicht schlaut. Ich gehe auf sie los! Und was für den Blumen? Blau, blau, blau sind alle meine Blues. Blau, blau, blau... Rein für den Kampf! So. Los geht's! Eins, zwei... Ja, schade, es ist ungeheuer einfach zu checken. So... Ja, mittlerweile schon die wilde Fackel Stufe 10. Ja, sie wird es nicht stärker oder so, aber es ist halt cool, eine zu haben, die nicht so was zu sein. Überraschung! Da bin ich wieder! So. Und dann holen wir mal den Sprung mal. Ein Verbündeter wurde getötet. Danke, dass wir kein Schaden kriegen. Los geht's! Okay. Hier kann ich leider nicht rüber springen, eigentlich sehr schade. Bereit für den Kampf! Mist, 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 Mist. Ne, kann's vergessen. Da renne ich nicht nochmal rein, ich will jetzt echt nicht mehr feeden. So! Überraschung! Da bin ich wieder! Ist der Red denn noch da von denen? Ja, das hat er. Ich bin schon da rein! Das ist nicht klassisch schlimm. Nicht killen, nicht killen. Sehr schön. Auch da und hier. Okay. So, ob hier irgendwas rauskommt, hier ist grad nichts. Feinbar! Oh! 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 Los geht's! Der Gegner hat einen Turm zerstört. Und daher muss man auf jeden Fall in die Mitte. Go, 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 go! Der Gegner dominiert! Reiz für den Kampf! Überraschung! Da bin ich nicht wieder! Wo ist er hin, der Kzix? Da ist er! Komm John! Geht's wieder! Oh! Oh, doch rauf! Bitte, doch noch rauf! Ich kann mich nicht weg! Ja, ich geh zurück mal auf. Nein, das hier äh... Also, der hätte jetzt echt mit draufhauen können. Da schüttelt auch noch umgestanden. Das war jetzt echt glücklich gar nicht zu sein. Na, wir sind dabei, dass wir wesentlich mehr Power haben als die andere. Oh, okay. Gut. Ich nehme zurück, was ich gesagt habe. Jinx wurde wunderbar gefeiert. Und ich habe jetzt... Ich bin wieder gestorben, ohne einen Kill zu landen. Den hat Kanzler gerade auch wahrscheinlich bekommen. Ich habe jetzt noch mehr. Und das ist eh ein bisschen weg. Die Rain hat gerade den... ...Grunstein dafür gelegt. Ok.